Hallöchen! So, da sind wir. Erstmal herzlich willkommen hier in meiner Eishalle. Das ist meine private Eishalle, muss man dazu sagen. Oder wie gefällt es mir hier? Cool hier. Wollen wir direkt mal anfangen mit dem Training. Ich will ja auch ein paar Sachen lernen. Mich am meisten hat fasziniert immer diese Pirouetten. Könnt ihr auch Pirouetten? Könnt ihr mal zeigen, wie es geht vielleicht? Standes halt. Junge, 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 Junge! Also, und... So! Und wie ist das jetzt mit Heben und solchen Sachen? Wow! Wow! So! Stürzen! Eieieieiei! Hurra! Super! Das geht ja, du bist ja einigermaßen gut zu tragen. Wie schwer bist du? 47! 47! Du? Mehr! 73! Ja, da bin ich ja mit meinen 62 genau dazwischen. Habt ihr auch so künstliche Freiheit, dass ihr so, sagen wir mal, so Figuren machen können, die etwas fantasievoller sind. Ich fahr halt meine Cure, so hier mal zwischendurch hier der Tulup, ja, so und dann nochmal so, Ja, und dann zum Schluss. Ta, 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 ta. Soll ich mal, soll ich mal, soll ich mal ein richtiges Bresch? Ja, die beiden haben eine tolles Bresch mitgebracht. Ich bin gleich wieder da. Und los geht's. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Na ja, auf jeden Fall. Ja, oder? Richtig super. Vielen Dank für den Anzug. Das ist hast du ein suspensorium in der hose also was man damit das ein bisschen Das sieht aber nicht normal aus da Also bei der kälte das ist so jetzt zeige ich mal wieder haselang läuft mal richtig hier Ja, das ist doch genau Ja würde ich sagen 6,0 6,0 6,0 6,0 Ja, okay, so damit ich nicht die einzige pfeife auf dem eis bin ich brauche mal ein bisschen nachschub hier Darf ich vorstellen Norbert Schramm und Kathi Witz Könnt ihr mal was vormachen was ihr so drauf habt und los geht's hopps Pass auf Ohohohoho Lass uns zwei nochmal machen Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.